BASKET UP YouTube und einen schönen Tag an alle Abonnenten und Zuschauer. Hier spielen wieder den Farming Simulator Gold Addon auf der Map Sosnowska zusammen mit den Randy, McManus, Pixelspaß und mir. Hallo. Mahlzeit. Ich hoffe, der gehört nicht dir, Freezy. Welcher? Der ist mir. Nein, der ist nicht meiner. Den habe ich da hingestellt, aber ist gut. Mach auch schon mal den Gruber fertig. Der Problem ist, wir haben nicht bedacht bei den Raps, wir haben keine Strahlen. Ja, genau. Aber ich mache nur das, was mir gesagt wird. Und... Ich will auch mal grubbern. Dann lass mich da rein. Ne, warte, das fällt mir schon fertig hier. Jetzt habe ich angegangen. Was? Na, da muss ich auch mal weiß. Slippen. Ja, jetzt bin ich der Einzige, der rumsteht und sich am Schneeby zieht. Verdehend. Vielleicht findest'n dann. Hahaha. Kannst'n mal auf die Suche gehen, die Zeit, die da hast. Was stehen lassen? Papa. So viel Spaß, für wenig Geld. Wer bist du denn? Ich warte hier vor, ne? Guck mal, volle Action mit zwei Kameras. Den, 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 den. Oh, hier. Oh, hier ist zwei Kameras mit der Technik. Was hast du vergessen? Was? Den ÖB. Was? Schütten oder was? Was willst du schon wieder machen? Ich? Ja. Ich? Ja. Ich? Ja. Ich? Ja. Du machst hier wieder, du kommst hier irgendwo dran, alles verstellt, alles kacke, du kennst dich. Du wirst, wie du bist. Was? Sag mal, hast du's noch alle? Mach ab jetzt, ey! Du kommst hier erst! Kann ja wohl nicht wahr sein, ey! Oh, was ist denn noch Pixel? Geh ich? Ich blöde hier auf dem Dach rum. Krieg Spreuz bei sowas. Schau, das Lenkrad ausverkauft sind, sonst hättest du noch eins verdienen kommen können. Einfach oben in der Stube am Tisch dran machen. Muss ja nix passieren. Einfach nur drauf rumdringen. Was? 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 Mach! Mach! Willst du das hier noch abwehren oder soll ich dann wegrubbern? Moment, komm mal. Okay. Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Du bist noch Feld. Es ist... Jetzt ist aber mal gut, oder? Was ist denn eigentlich los? Und die Uhrzeit? War du frei? Nee, eben nicht. Du sollst ins Bett gehen. Die muss arbeiten. Ich hab' Kind und du musst arbeiten hier. Kann man nicht. Der kennt mich auf YouTube-Buchladen, sowas. So, ähm. Erzähl mal was Schönes. Wie geht's dir? So viel zum Thema. Mhm. Es gibt nichts Neues in der Welt. Die Abstände sind so kurz. Ich hab's jetzt... Das war ein guter Weltvegantag. Die Nordmögen. Ähm. Ähm. Es gibt nichts Neues in der Welt. Die Abstände sind so kurz. Ich hab's jetzt... Das war ein guter Weltvegantag. Die Nordmögen. Ähm. Aufgekauft für Schlappe. Aber wirklich nur für ganz Schlappe. Schmale 5,9 Milliarden Dollar. Das ist günstig. Das ist sehr günstig. Ja. So viel hat sich Disney nicht mal LucasArts kosten lassen. Sollte man dazu sagen, selbst Minecraft wurde bloß für 1,9 Milliarden gekauft. Ja, aber Candy Crush war besser. Candy Crush... Aber die haben mir das komplette Studio gekauft, nicht nur Candy Crush. Ja, richtig. Das komplette Studio hatte einen Jahresumsatz von 2,9 Milliarden. Und alleine Candy Crush als Spiel 1,3 Milliarden. Müsste man auf der Zunge zu gehen lassen. Mhm. Das finde ich... Das finde ich oberkrass. Es ist... Gar nicht, oder? Nicht von schlechten Eltern bei... Ich weiß gar nicht, 100 Millionen Spielern, die das haben. Krank. Ja, das ist ein stattlicher Umsatz, wenn du überlegst. So viel Kohle kannst du da eigentlich gar nicht ausgeben. Das macht halt einfach nur die Masse aus. Nee. Na gut, wer... Uch, jetzt habe ich hier was laufen, was ich gar nicht laufen haben wollte. Ich wollte nicht mir das vorlesen, meine Lieben. Denn, so wie es aussieht, ich habe es gerade rausgelesen, hat VW nicht nur bei den Dieselmotoren getrickst. Ja, die 3 Liter Motoren sind ja jetzt auch noch betroffen, haben sie geschrieben. Aber es sieht jetzt wohl so aus, als wären auch Benzinmotoren betroffen. Ja, das werden wahrscheinlich alle Motoren sein. Das habe ich damals aber auch schon gesagt. Ich habe gesagt, die Software für diese ganze Scheiße, die kommt von Bosch. Ja. Und wenn Bosch diese Software liefert, das bedeutet, dass eben nicht nur VW betroffen sein wird, sondern wahrscheinlich noch ein paar andere Marken. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar amerikanische Marken betroffen sind. Oh mein Gott. Ja, weil die uns das doch vorhalten, was denn? Du solltest dich mit den Wikileaks zusammentun. Warum? Nee, weil du der krasseste Aufdecker überhaupt bist. Nur ein bisschen später. Dann würde ich sagen, alt. Reiß ich mir nun her, der Posten alt. Genau, alt. Ihr braucht noch, glaube ich, bei der Gruppe breite nicht zu zweit, könnte schon wieder der nächste, könnte schon wieder problemlos an. So. Du stehst hier auf dem Feld rum, Pixel. Ja. Warum siehst du nicht an? Ja. Warum düngst du nicht erstmal und ich sehe an? Ja, würde ich auch gar nicht sagen. Ja, warum düngst du nicht? Warum? Warum? Keine Ahnung, weil ich... Und dann heißt es immer, keine Arbeit. Ja, ich hatte bis eben auch noch keine Arbeit. Ich müsste dir erstmal ein bisschen was loslegen. Mhm. Ich habe nämlich gelernt, dass zu viel... Du lernst nicht. Du bist unbelehrbar. Ja. Arsch. Ich habe gelernt, dass zu früh düngen dazu führt, dass man doppelt düngt. Puh. Das ist ein Dühnkäse jetzt, ey. Ja, das hat aber wirklich einer. Bei uns wird da die Kommentare geschrieben, bei zwei Minuten auf dem Trecker. Wenn man zu viel düngt, düngt man doppelt, ja. Nein, wenn man... Wenn man zu früh düngt, denkt man doppelt. Wenn es noch nicht abgeerntet ist und die Düngerbreite über das hinausgeht, dann gibst du zu viel Geld aus, weil... Ja, das ist doch logisch. Ja, und dann muss ich da erstmal warten, bis ihr eine Runde gefahren seid. Kriegsel, weißt du, wie viel frei hier ist? Ja. Du musst es aber gesehen haben, in der Zeit, wo du hier rumstandest. Bestimmt 36 Meter, die hierweise. In 16, 30 Meter, meh, meh, meh. Ach, Mensch. Ist dein Kohlroulat, äh, dein Kopfsalat, was ist immer noch... Dann fällt ja auch keiner von nötig, mal einen Scheiß-Anhänger hier ans Feld zu fahren, um mich abzutanken. Komm noch mal. Da mich! Jetzt hast du recht nicht. Ach, krieg mich bei dir. Mir scheiß egal, er schitt ich die Rotze hier raus und grüß. Ne, ich pass. So, und jetzt steht auch wir rum und machen nichts mehr. Ich bin gleich schon da. Jo. Wo stehst du denn da? Da ist der Drescher da. Auf dem Felder rum gammelt. Tütütütü. Neuntausend hart geerntete Rapskörnerlies. mit euch ist es hat hier ist es hat nur keine zeit renny fahr mal das ding da weg was wird denn das immer noch im weg ich habe einfach nur den arm nach oben schnellen sehen bei randy da lustig aus ach nee ein traum was willst du angesäht haben mama mama gersten runde das ist mit haare am sack wie sei der engel start aufgekommen mit diesen haare ansatz und nicht am sagt ich weiß nicht wie im rumgealbert ach war der lustig hat pixel versucht lustig zu sein spaß er hatte gefragt was was gerste ist und dann sage ich das ist die erwachsene weizenwein das ist das was die haare dran hat es kommt hier nicht so lustig an ja so wenn die war massen und licht an nirgendwo 33 wird so die ganze zeit mit licht fahren oder die noch nicht ne pflicht ist es noch keine aber ich fühlts gut ich habe immer licht an beziehungsweise ist es ja sowieso so wenn der automatik licht hast dann ist das der stand licht sowieso im mann das ist doch nicht nämlich mal als ich den tag vor licht integriert doch dann hast du sowieso startet letzte bahn boys was auch nur flüchtend ich sage passt da hast ja gut oder wieso der ist gerade ab oder ich bin es du bist bei uns ist alles im ordner jetzt ist bei mir auch wieder gut wenn die jetzt okay weil du hast gerade leckte scheiße aber kann es bei mir wahrscheinlich an oder so ähnlich jetzt irgendwas hoch was denn ich hab raps angesehen ich hab's gerade sagen ja was weg oder macht das eine feld fertig das eine feld kümmer raps lassen haben wir noch drei wie konnte das denn passieren drüber geredet und trotzdem vergessen ja ja es nicht über die brücke gegangen so jetzt werde ich meinen gruppe übernehmen wenn es nicht stört ja ja ich fahr zu dir brauchst du nicht mache ich selber zu spät ich nehme einfach warte mal ich bin jetzt ja mach doch fünf meter alter was sind bei dir fünf meter fünf meter wieder sprung nur halt unten jetzt leck denn da so was denn hier los Das war's. Du hast den Hänger abgestellt, Physi? Also hier am Feld. Nach da hinten, ja. Sag mal hier zwei Pro Gamer, spielt der eigentlich noch oben links mit der Steuerungshilfe oder ist die bei euch weg? Oben links das Fenster? Ja. Bei mir eigentlich immer zu, außer wir haben ein paar Traktoren drin, die besondere Sachen können. Warum? Das wollte ich nochmal fragen. Achso, ne, ne, Tastatur oder Zahlenbelegung. Es sind ja nur ein paar. Wieviel hast du drin, Renni? Und das ist 56. Also du bist doch bei dir komisch definitiv. Was sagt denn die Ü? 15 sind drüber. Gut Leute, damit verabschieden wir uns von der weiteren Folge LS 15. Wenns euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert auch ruhig und schaut bei den anderen drei Jungs vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.